Bodenkrieg Time auf Daiko LP, das ist echt fein, finde ich auch so, ja, ja, ja Und ich hoffe nicht wieder eine bestehende Lobby, aber es sieht so aus Und nach der Fall-Miserie, der Fall, der Fall, der Machine Gun Wenn du heute vielleicht mal wieder ein bisschen mit MPs spielen, boom, 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 boom Ich möchte ja ein paar goldene MPs bekommen, aber erstmal muss das Spiel geladen Black Screen ist immer was Feines, Overflow, Alter, da nehme ich aber die Fall Overflow-Herrschaft und, keine Ahnung, direkten Kill, nice one, würde ich sagen Oh, Hunter-Killer, Hunter-Killer Die Ausrüstung wurde zerstört, oder was? Ja, Entschuldigung, dass ich hier gerade schimmel Oh, das hat Schimmel auch immer gemacht, bevor er erfolgreich geworden ist Oh, und da wurde ich richtig hart attackiert Attacked Und jetzt mal hier vorkrouchen Boah, Schilderversuch spielt, man What the fuck, yes Hierhin ist gar nicht so schlecht Und zack, 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 da sind sie, wie im Unten ist er attacked, ne Und da sind sie richtig wie in so einem Taubenschlag gewesen Oh, scheiße, ich hab ihn auch noch abgenutzt Aber er hat die Peacemaker Er hat die, boah, und der sprayt durch Aber wie sind wir denn hier bitte festgenutzt Ist ja richtig ätzend Wenn man hier langläuft, ist man versichert tot Boah, oh, oh, und da ist noch einer, da ist noch einer Boah, danke, wer auch immer mir so den Arsch gerettet hat Und dann Hol ich zwar einen mit der S-Wiene weg, aber von hinten eingekesselt No chance Boah, Bodenkrieg auf Overflow ist ja auch was richtiges, Alter Boah, oh, oh, bitte Oh fuck Auf jeden Fall erstmal weg hier Kommt er hier rum, kommt er hier rum Ja, und er kam hier rum und zack, gebämt Nice Boah, 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 boah Die sind hier richtig Feuerhörter am Schießen Und er ist da und Und da sind sie doch irgendwo 100 Prozent. Das kommt ja gleich eh von hier. Boah, ne. Boah, boah, von hinten. Boah, geh weg. Bitte. Boah, ist das hier gerade cruisy. Boah, und der ist weg, und der ist weg, und der macht mich aber eiskalt abgenatzt. Der Passer. Er hat auch die Fall. Die Fall. Die Fall. Schnelles Magazin. Ja, auf jeden Fall, wenn man nachher hier mit schnell Dingsbumsen hat. Hier, schnell schießen. Und... Da ist mal hin, das Ding. So, und jetzt mal gucken, da wollte er eine Granate reinschmeißen, da unten irgendwo. Boah, und der ist tot, der ist tot, der ist auf jeden Fall tot. Oh, nein, und ich hab noch geschossen, aber Nico, Nico the Brain, boah, hat mich einfach mal erledigt. Oh, ich wusste, dass er da war. Boah. Es geht jetzt hier wieder ab, Alter. Ich fühl mich hier richtig... Yes, Mann. Zack, weg damit. Oh, ich bin heute auch richtig gut drauf, denn gleich ist noch Aufnahme-Time mit Pellon. Und zack, weggesprayed. Weggesprayed. Weggesprayed, die Typ. Ich hoffe, hier sind sie alle. Ich hoffe, hier sind sie alle. Ist ein gutes Headset, ein Cheat. I don't know. Verbündeter AGR. BBB. Einfach mal rein-sprayen. Boah, wir haben alle... Dinger nicht. Oh Gott, ich treff ihn zweimal. Kabum, kabum. Eigentlich müsste er doch dann down sein. Schade. Schade. Boah. Oh Gott, der Messer hat mich noch... Wie ging das denn? Ja, ich hab da ein bisschen wild gesprayt, aber wie hat der mich denn noch gemessert? Boah. Oh Gott, ich hab ihn noch ein paar Mal getroffen. Oh Gott, ey. Was geht ab, ey? Und heute echt ein nicer Tag, halt nicht? Mit des feindlichen Blödschlag. Aber es ist sowieso zu Ende jetzt gerade die Runde. Und das ist eine kleine Einspielrunde gewesen. Kurze Folge, kurze Folge. Oder soll ich eine dranhängen? Hm, ich bin jetzt gerade am überlegen. Ah, dann wird das eine längere Folge kommen. Ich bleib in der Lobby, ich hänge noch was dran. Oder Leute? Wollt ihr das nicht auch? Ich hoffe. Und ja, ich wünsche mir so ein bisschen mehr Leute, die vielleicht auch mal sagen, Daiko, ich will mit dir eine Runde COD spielen. Ich hatte früher mal ein paar, die immer mal mitgezockt haben, Jene Runde. Und ich bin auch wieder bereit, auf dem PC jetzt mal öfters wieder eine Runde zu spielen. Einfach mal Bescheid sagen. Hi, Leute. Und einfach mal Hi in die Runde gerufen. Und ich schalte jetzt auch wieder alle stumm. Die haben mich wahrscheinlich auch stumm geschaltet. Und jemen will ich nicht unbedingt Abschluss bestätigt. Boah. Sorry, da würde ich wahrscheinlich wieder die MP7 mal rausholen. Aber nun ja. Niin-ja, Niin-ja. Okay, get ready, sa-sa-sa-sa-pi. Kleiner Song hier. Zum Start, zum Warmwerden. 15 Sekunden noch. Ich kann neue Punkte-Serien. Totbringer. Ich glaube, der ist auf dem PC gar nicht so schlecht. Aber ich bleib mal so hier dabei. Oder ich mach mal den Hunter-Killer rein. Freischalten und Ausrüsten für... Äh, Hellstorm. Ja. Ah. Nein, 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 nein. Nicht Hanili. Drohne, Hunter-Killer und Blitzschlag. Oder soll ich Hellstorm? Ich nehm Hellstorm. Anstatt Blitzschlag. Komm. Vielleicht erreiche ich dann ja mal was. Hab ich überhaupt Hardliner überall drin? Ja. Soviel zum Thema Skill. Ja, sorry Leute, dass ich noch ein bisschen over... Oh, und wieder Overflow. Ja, dann kommt die Falle auf jeden Fall gleich raus. Und was für ein Ding? Team Deathmatch. Abschluss bestätigt Overflow. What the fuck is going on? Das ist ja richtig nice. Und es laggt sogar ein bisschen. Was geht denn hier ab? Oh, da oben liegt die As-Mine natürlich super schlecht. Da fallen sie gleich irgendwo alle um. Oh what, ne. Aber dann kommen sie hier jetzt rum. Wenn nämlich keiner von uns durch die Mitte geht, haben die freien Run durch die Mitte. Eigentlich. Aber da passiert nichts. Sorry, dass ich hier jetzt gerade ein bisschen campe, aber... Na ja. Und da ist er direkt um die Ecke eigentlich. EMP-Granate. Komm doch mal da raus jetzt. Oh, dass sie auch die Gunset in der Ecke hocken. Hätten ist eine Ausrüstung. Meine wurde zerstört. Und hier spawnen sie jetzt gerade alle wieder. Hier wurden sie wahrscheinlich übelst weggeholt. Werden wahrscheinlich auch noch weiterhin weggeholt. So, hier ist nichts. Da ist... Da war einer. Komm raus. Komm raus aus dem Haus. Du kleine Maus. So. Ich hoffe, hier ist er noch. Yes, da war er nämlich noch. Und der Geier hat mir die Marke wieder, ey. Oh Mann, ey. Oh, und der hat die Cup, ey, Kimbo, ey. Cup. Nee, die... Wie heißt die? B2KR. Wie auch immer. Schade. Oh Mann, ey. Und die Marke wird mir immer gegeiert, Alter. Wenn ich da hinten bin, kein Plan, Alter. Kein Thema. Dann kann er die Marke nehmen. Aber wenn ich vor ihm stehe... Zack. anderen soldier sind angeblich hacker wurde mir auch gesagt irgendwie keine ahnung ob das so ist kann ja noch mal einer in die kommentare schreiben ob das wirklich so ist wenn man anderen solcher liest sollte man dann den typen lieber aus dem weg gehen fragezeichen so jetzt mal hier gucken was hier abgeht er sieht anscheinend ein ordentlich versuche ihn zu sprain aber rafnick ist der bessere sprayer ja tatsächlich sprayer hammer mp oder sowas was war das boom 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 ja was ist hier los nichts mehr oder wie no gegner ist ich bin gerade auch mit 2 zu 3 sehr bedient eigentlich oder waren sie überall wo 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 was ich hasse dass ich gehe extra weg ja und er ja so mache ich es auch immer hammerhart zielsucher durch die mauer da kann man nichts erreichen das problem ist wenn ich hier wieder hingehen und dann versuche wieder so ein bisschen abzuhauen ist da wieder nix dann ist da wieder nix orbital satellit ja jetzt sehen die uns auch noch alle wunderbar orbital satellit oh gott ey man ey unknown soldier sind das wirklich cheater schreibt sie mir bitte noch mal in die kommentare ich sehe den typen jetzt auch nicht 4 zu 7 wenn das ein cheater ist alter dann lache ich aber so ich sicher hier mal und jetzt mal gucken da ist er bestimmt immer noch im fenster und zack der ist aber tot da konnte er jetzt nix machen und so unknown soldier wurde wieder getötet ich habe den assist gekriegt oh gott und von hinten mann aufwachen ich hasse kills von hinten ist er da oben im fenster oder was nee warum schießt der auf mich drecksack und der linke ist was für sich was ist der gestorben feindlicher unknown soldier und ich werde auch weggeholt 4 zu 8 ist das wieder eine schlechte runde aber overflow auch meine absolute hassmap also gibt es nichts schlimmeres das overflow und noch ein orbi alter ja und dann sieht er natürlich genau dass da gleich einer kommt und dann wartet er und kaboom wie oft die orbital satellit haben die gegner alter ist echt nicht mehr feierlich oh gott ey man ich habe double kill mit der dings klar double kill mit der esmine so sehe ich auch heute aus so sehe ich heute aus so und jetzt mal gucken da ist auf jeden fall so ein typ und ich werde von hinten wieder abgenatzt ich stehe auch sehr offen aber ich werde halt immer von hinten abgenatzt und ich freue mich auch schon auf c4 und plünderer ich sehe hier halt auch kein ich sehe hier niemanden außer jetzt schießt irgendeiner auf mich der nicht man alter da müsste auch einer drin sein irgendwo und der kommt jetzt hier wieder rein mit seiner schönen cup alter oder was auch immer auf jeden fall akimbo version was habe ich mittlerweile gelernt akimbo version ach da ist ein dragon feuer und ich mach da eine esmine hin alter auf roughneck sagt er auch omg alter der weiß auch gar nicht mehr bescheid ich glaube ich lass das für heute auch erstmal ruhen das game weil alter im moment reiße ich hier keine säcke aus oh gott man was soll das denn jetzt schon wieder c4 ja genau spaß die da vorne alter komplizieren roughneck oder so haha schade ich hoffe ich habe gehofft diesen roughneck oder so oh gott ey man ey aber das ist halt hier so eine scheiß map wo man nur über die außen geht da die ganze zeit campt vielleicht könnt ihr mir mal ein paar tipps geben wie ich mich auf overflow zu verhalten hab auf jeden Fall ist das für mich die map des hassens oh gott oh gott oh jumper alter oh gott diese jumper leute sind auch schlimm und da hat meine dings gar keine wirkung boah da warst du doch gerade alter willst du mich jetzt verarschen oder was oh gott man das kann doch nicht wahr sein da hätte ich jetzt aber gerne die pdw gehabt und da war keine ahnung wieder eine dragonfire 7 zu 18 jawoll jawoll so werde ich es nie schaffen hier irgendwann mein level zu erreichen ja und hier ist gerade gar nichts ich sehe hier auch kein feindliche drone ende ende endlich eigentlich boah das war jetzt keine gute runde leute bitte ich um entschuldigung aber ihr seid ja auch nicht sowas gutes von mir gewöhnt sage ich mal aber ich werde es versuchen besser zu werden das heißt ja auch vom noob zum pro deswegen an alle die jetzt vielleicht neu ich bin auch ein absoluter noob und ich versuche irgendwann mal pro mäßig unterwegs zu sein in shootern bereich das wird wahrscheinlich noch 1 2 3 4 jahre dauern aber leute wir sehen uns in der nächsten folge haut ihr rein und danke fürs zuschauen ihr seid die besten los den mit Vielen Dank.